Die Pathologen untersuchen Tote, um das Leben zu verstehen. Das ist alles. Es ist eine Wissenschaft. Doch offenbar nicht für alle. Dr. Gallo, ich möchte Ihnen Dr. Gray vorstellen. Ich denke, Sie beide werden gut miteinander auskommen. 6,5 Millionen Menschen leben in dieser Stadt. Wir brauchen weniger von den Lebenden und mehr von diesen hier. Auf die Toten! Auf die Toten! Wenn du jemanden töten dürftest, wer wäre das? Ich bin sehr gespannt, was Dr. Gray dazu zu sagen hat. Euer Hirn ist voller Scheiße. Du hast ihn umgebracht. Vielleicht. Aber die Frage ist, wie? Was ist das? Ein Spiel? Ganz genau. Wer ist das? Er steht auf Kinder. Auf kleine Mädchen. Ich fasse es nicht. Mir steht die Scheiße bis hier. Ja, so ist es, Ted. Ich mache nicht mehr mit. Ich bin raus. Niemand kommt da raus. Die drehen völlig durch, Dr. Gallo. Deine Verlobte ist wunderschön. Du bist sehr glücklich, nicht wahr? Wir sind Tiere. Es liegt in unserer Natur zu töten. Spielst du fair? Geht das überhaupt? Gott. poetry. personalities. Du warst nicht.